Ich hoffe mal an seine Stelle läuft's. Läuft da eigentlich die Tür nicht? Da ist nichts mehr. Komm, Speichel ab. Weißt du irgendwie hier anfangen, mal zu zocken? Da kommt er aus dem Arsch. Komm, schau, schau, hier der Kopf ist mit schwarzen Teosreifen im Wickel. Und überall strengen Jäger drin. Mit Toterhund. Und sie lächelt. Ach komm schon. Da hat er eigentlich Angst genutzt. Da geht's im Laden kaum. Das Motor wird entfernt. Im Motor wird's ja scheiß nicht drin sein. Versuch, dieses Motor und Hotel ist das Motor und sie. Die Unterstufe fandest du. Dann beginnen wir noch mal die Fleischerei. Das ist ja einfach nur ein Menschen. Ja, schön, gut, aber... Ich will gar nicht wissen, was er da fressen soll ist. Frühstück. Der hat so verratet. Entschleure ich. Muss doch irgendwie weiterkommen. So, ist leer. Ist abgeschlossen. Wie soll ich hier hin? Es muss doch irgendwie runter, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, da ist ja auch nicht rein. Okay, es war schon mal in meinem Haus. Ich darf das vergessen. Zeige. Wasser springt er aus. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich will die Metallplatte nicht hoch hin. Hier ist eine Vergieber für einen Brief. Auch schon. Vielleicht liegen wir hier schon in der Griff drin. Vielleicht liegt in der Werkstatt irgendwo in der Griff. Hier sind die Werkzeuge. Ja. Etwas anderes. Ein bisschen dauernd bis Polizistuch bitte. So, bitte nach Benzin. Ich bin nur Kälte. Okay, das mache ich. Hm. Hm. Boah, ich glaube, ich gehe erst mal um was zu fressen machen. bis gleich so und da bin ich auch wieder was hat ein kalter hund und knoppers unten mich jetzt zusammen ja weil ich gegessen irgendwie ist nur junk food reingeschmissen habe ich jetzt hier sonst ist nichts wichtiges mehr drin gegen stelle habe ich noch da in den scheiß knauf alter der mutter schauze christenschlüssel ein kleiner schlüssel für eine kiste ich verstehe das nicht wollen wir wissen ich muss jetzt da rein in diese stelle das da bin ich mir bewusst aber wie da muss irgendwas was Ich kann jetzt nicht mal richtig reden, ey. Scheiße, die Wand dann, ey. Wo hast du den Griff? So, Bitch. Pass auf. Endlich das Symbol, du kommst ins Gefühl. Hier? Sprechen wir ab. Ja komm, Stimme muss denn drum. Wollt ich mal die Tiere noch schauen? Aber wollen sie mich denn nur entdeffen? Ich muss einfach kurzfristig sein, dann merken sie mich schon nicht. Ich bin sicher, dass der andere mir das nicht gefallen hat. Ich will nicht mehr erwarten. Das sagen sollen wir dann den anderen, dass wir keine andere Wahl hatten. Hilfst du mir in unserer Wahl? Ja. Ja. Ich kann auch kommen. Warten die... Was hat er nicht tun zu sehen? Ich muss sie weg. Auch das noch. Das hat uns bestimmt gelauscht. Na und? Sie kommt hier sowieso nicht mehr mit mir. So nicht mehr raus. Jetzt hat er eine Schleiderei so... Jetzt muss ich jetzt sehen, dass er eine Schleiderei im Keller hat. Na, was da reinfällt? Verdammte Schleiderei dafür! Ich gehe deine eigene Wahl raus. Oh, der ging aber schnell zu fahren. Jake! Ich habe doch gesagt, dass ich auf dich aufpasse. Woher? Woher hast du das denn in der Wahl? Da habe ich den Stand in der Stadt gefunden. Nun solle die mal kommen. Zur Not knall ich jeden einzelnen Gewohnert an dieser Stadt ab. Du bist... Punkt, Punkt, Punkt. Eine andere Sprache verstehen die gar auf dem Typen hier auch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. In der Bergsteine... Moment. Mal hin, das wäre nur noch so Benzin. Benzin? Es werden die hier bestimmt irgendwo haben. Ja. Dann gehe ich auch vielleicht hier im Keller. Schaffst du es dann auch alleine zu suchen? Ich will nicht, dass dieser Ellen nachher ohne uns verquert. Ja, schon. Aber ich glaube nicht, dass Ellen mich verlogen hat. Ich will trotzdem lieber nachschauen. Na gut, ich... Ich komme schon alleine klar. Ich komme schon alleine klar. Ja, da freut er sich. Ich glaube nicht! Da fange ich nicht. Es fange Ventus rein. Ich bin nicht glücklich. Noch etwas anderes. Noch etwas anderes. An freie Sicherung. Alter, was ist denn los? Ich muss... Leute, ich weiß jetzt nicht, was ich so sagen soll, ich bin jetzt ein bisschen in Rage. Hier ist nichts drin. Ah, warte mal, Schimmer. Aber da, so gut. Das sind immer die Schalter. Ok, nach unten sind es, kommt nicht so voll. Dann stöbern wir mal ein bisschen rum, das ist nur ein wichtiger K. Stacheldraht. Hm, das ist nur eine der Höhe steht bei. Ein festeres Benzin. Passt doch. Wir haben einen schon gefunden. So, was? Das ist... Ich hoffe, er hat den Wagen schon überhört. Oh, cool, ich muss nicht laufen. Ich habe das Benzin gefunden. Ist er nicht hier? Nein, habe ich ihn nicht gesehen. Der Wagen, hat den repariert? Jo, aber der Schlüssel befehlt. Dann können wir immer noch nicht weg. Ach, der Typ wird schon wieder auftauchen. Der will hier auch nicht weg. Was ist, wenn die Leute erneutstehen? Dann hole ich mir den Schlüssel. Eben von denen. Okay. Fülle ich jetzt erstmal das Benzin in den Wagen und sehen wir weiter. Die serialistischen Sound-Animation. Hast du eigentlich mal an den Keller geschaut? Dort ist eines von diesen Monstern. Ich habe es eingesperrt. Echt? Das schaue ich mir mal an. Hey, ich dachte, das Ding ist eingesperrt. Ja, schon. Gut, ich komme mit. Was für ein hässliches Ding. Denkst du, es ist ein Mensch? Diese Mistgebutter. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich habe mit ihm aus... Ich habe das Kind damit gesehen. Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen. Mir ist, denke ich, auch egal. Was das auch ist, es sollte mich töten. Deswegen werde ich dieses Mistding auch abkleiden. Jake, was machst du? Jetzt suchen wir nach diesen Elm, okay? Ja, okay, ist gut. Wir gehen noch mal in den Keller vielleicht. Wirst du dort erschroren oder sterben?